Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute schauen wir uns Aleph Zero, also A0 an. Ist ein bisschen Nischencoin, war jetzt nicht unbedingt der größte Wunsch der Community. Trotzdem einerseits ein Low Cap, kann man noch dazu sagen mit der Market Cap und auch noch irgendwie so ein Geheimtipp. Ist ein bisschen so das Äquivalent zu Avalanche, also so ein bisschen, sag ich mal, Konkurrenz. Deswegen sind wir auch hier schon länger investiert. Was sich seit unserer Investition getan hat, was wir jetzt die nächsten Wochen erwarten können und auf was es ankommt, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe reinjoinen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung oder in der Kommentarspalte. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir hier bei 1,14 Dollar. Wir sehen eine schöne parabole Bewegung. Wir haben auch schon in der Vergangenheit immer wieder über Aleph Zero berichtet, mal drüber gesprochen, okay, wo haben wir gekauft? Den größten Teil haben wir hier unter 1 Dollar gekauft. Also hier in dieser Range zwischen 80 und ich sage jetzt mal 0,93, 0,95 US-Dollar Cent. Das ist immer so der Hinweis, wo ich gesagt habe, ey, Leute, da kann man gut akkumulieren. Und ihr seht hier unten die grüne Box. Auch da waren wir schon mal aktiv in der Vergangenheit, aber das ist schon etwas lange her. Das war letztes Jahr im Juni. Trotzdem, das war eigentlich so hier dieser große Kampf, wo wir die ganze Zeit hatten, immer um das Golden Pocket zwischen 0,786er und Golden Pocket. Und jetzt hat sich A0 endlich mal ein bisschen befreit und deutlich Schwung da reinbekommen. Wir befinden uns momentan auf dem 4-Stunden-Chart. Da seht ihr auch, okay, Volumen deutlich, deutlich hier zugelegt. Jetzt geht langsam hier wieder ein bisschen Volumen raus. Ist jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen für den weiteren Abtrend. Trotzdem bisher schönes Volumen reingekommen. Es kann auch jederzeit nochmal einen Volumenstoß geben, um einfach hier oben dieses Hoch bei 1,20 Dollar nochmal abzugreifen. Und was man auch dazu sagen muss, Aleph Zero hat eine Partnerschaft mit Amazon Warehouse Sale. Also AWS, wem das so sagt, da sollte er jedem was sagen. Und das hat natürlich den Kurs nochmal zusätzlich beflügelt. Deswegen auch für mich irgendwie noch so ein bisschen Geheimtipp. Für den Bullrun bin ich gerade wenig investiert. Wer das kaufen will, übrigens bei Bing X kann man diesen Coin mittlerweile auch kaufen. Spot traden weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall Spot kaufen und dann weg damit. Ledger, was weiß ich was, zieht das Ding runter von den Börsen. Gut, das war jetzt nur mal so ein bisschen kleine Eigenwerbung von meiner Seite aus. Wir blicken mal ganz kurz jetzt nochmal auf die größeren Timeframes. Und zwar schauen wir uns jetzt hier jetzt den Daily Timeframe nochmal ein bisschen genauer an und ziehen auch hier mal ganz kurz das Fit Level von unserem High hier bis zu unserem Low. Da sehen wir, okay, wir haben noch Luft bis 1,27 bis circa 1,30. Warum das sehr gut passt? Wir haben einerseits hier oben eine Ineffizienz in dem Bereich der 1,23. Die können wir leicht überschießen, meines Erachtens nach. Wir haben hier einen schönen doppelten Boden, der das Preissziel dann auch hier oben in dieser Region hätte. Wir schauen uns die Volumenansammlung auch mal hier oben an. Da sehen wir, okay, eigentlich gibt es hier nicht mehr viel wirklich am Volumen zu holen. Wir haben das hoch mit sehr, sehr wenig Short-Liquidität gefüllt. Das passt gut. Wir haben hier in diesem Bereich aber immer noch so, das war der 13. September rum, deutlichen Abverkauf. Das heißt, hier oben liegt viel Short-Liquidität oder hier hat sich sehr, sehr viel auf dem Daily Timeframe angesammelt. Wenn wir jetzt nochmal den Weekly Timeframe uns auch noch dazu nehmen, sehen wir auch, okay, wir sind in einer riesigen Supply-Zone, die ist schon sehr, sehr groß. Also das heißt, hier einen richtigen Widerstand rauszuerkennen, macht wenig Sinn. Deswegen bleiben wir hier ganz kurz auf dem Daily Timeframe. Ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, wie hier im Endeffekt an die Trades rangen wir. Also das heißt, für uns kurzfristig, seht ihr auf dem Daily, perfektes Volumen, schöner aufsteigender Kanal, also momentan Shorten überhaupt nicht drin. Erst hier die 1,24 bis ca. 1,30. Da mal ein bisschen auf die Reaktion achten, würde dann auch bedeuten, kommen wir hier über die 1,35. Und die 1,35 markieren wir uns auch in blau an. Dann kriegen wir einen Daily Close da drüber, ist es sehr, sehr bullish. Weil dann haben wir den Downtrend komplett durchbrochen. Wir hatten jetzt eine schöne Akkumulationsphase hier in den letzten Monaten. Gleichzeitig, wer auch schon ein bisschen länger verfolgt, hätten wir hier noch so ein schönes Adam & Eve Pattern, was sich so langsam aber sicher ausspielen würde. Ich zeichne euch das nochmal ganz kurz ein, oder so ein bisschen für die Vergangenheit. Wir haben hier die V-Shape und dann so langsam diesen Downtrend nach unten, der sich jetzt so langsam in dieser Rundung, sag ich mal, nach oben hin fortbewegt. Und dann könnten wir uns im Endeffekt schön Richtung All-Time-High hier oben bei knapp 3 Dollar hinbewegen. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal ganz kurz auf CoinMarketCap an. CoinMarketCap. Und schauen einfach mal, wie viel MarketCap wir momentan haben. Ob wir hier wirklich noch von einem Low Cap sprechen können, bevor ich hier irgendeinen Mist erzähle. Schauen wir uns mal an. A0, LF0, wie gesagt 1,13 vom Chart her. MarketCap 221 Millionen. Kann man noch durchgehen lassen. Aber gut, schauen wir mal. Wie gesagt, ihr könnt das Ding bei momentan, wo haben wir es denn? KuCoin, Maxi und natürlich BingX. Könnt ihr es auch mittlerweile kaufen, genau. Das sind eigentlich so die sichersten Würden. Maxi, BingX, aber trotzdem. Habt nicht alles auf den Börsen drauf, nur mal so ein kleiner Hinweis. Aber das sollten wir auf jeden Fall jetzt mal die nächsten Wochen im Auge behalten. Ich bin bullish, was LF0 bzw. A0 so den ganzen Bullrun dann, sollte irgendwann mal ein Bullrun folgen, anbelangt. Trotzdem so ein bisschen als Hedge gegen Avalanche. Aber Avalanche schauen wir uns auf jeden Fall auch noch die nächsten Tage dann nochmal Chart hinsichtlich an. Ob wir hier genauso bullish sein können, wie bei A0, sehen wir dann. Kurzfristig, wie gesagt, Luft bis 1,24 bis 1,30. Das sind so die Short Order. Sollten wir über die 1,35 mit einem Daily Close drüber kommen, ist es extrem bullish. Und wir könnten uns hier in Richtung übergeordnetes All-Time-High begeben. Auch hier vielleicht nochmal der ganz kurze Blick von unserem High zu unserem Low. Da sehen wir, okay, nächster Step wären dann hier die 2,15. Würde gut passen zu diesem High hier oben. Würde gut zu dieser Liquiditätsansammlung passen. Längerfristig, auf jeden Fall bullish, sollten wir die 1,35 mit Daily oder sogar Weekly Close durchbrechen. Das war's von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen und gerne eure Altcoin-Wünsche auch unten wieder in die Kommentare reinschreiben. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.